Er hat so viele Nummern. Ich weiß nicht, ob es die erste ist. Versuch's halt. Okay, ich... okay. Jamie, auf deiner Nummer sollst du nicht anrufen. Ben Rickert. Ben Rickert, played by Brad Pitt, is a legit banker, but dropped out. Wieso ruft ihr mich an? Ich mach sowas nicht mehr. I always saw Ben Rickert as the old gunfighter who has to pick up his gun and go help the young guys who have gotten into trouble. Ihr hattet gesagt, ihr wollt reich werden. Jetzt seid ihr reich. He's kind of a hold away from the main arteries of civilization. Ihr hört euch meinen eigenen Garten an. Ich verwende Holzasche und Turin, dann regeneriert sich der Boden. He has a wise kind of, you know, sage kind of wisdom. Die Banken werden denken, dass wir high sind oder einen Schlaganfall hatten. Ja! Nicht brillant. He's been through this and he knows where this is all going. Die Sache trifft Europa. Griechenland und Island sind erledigt. Spanien wankt. Ich glaube, wir sind zu weit voneinander entfernt. Wenn Sie den Deal nicht machen wollen, dann legen Sie auf. Hab ich mir gedacht.